GeoGebra GeoGebra ist eine gratis App für geometrische Funktionen zu zeichnen. Sie ist frei verfügbar an der Internetadresse geogebra.org. Die Software kann Ihnen noch viele verschiedene Sprüche benutzen. Wenn Sie auf Deutsch geschalten, einfach durch Klick auf eine Sprache, zum Beispiel Französisch, geht alles auf Französisch aufgewiesen. Ich schalte nur auf Deutsch. Die Software gibt viele verschiedene Variationen als Grafikrechner, 3D-Rechner, Geometrie, GeoGebra Klassik und so weiter. All das Appen läuft online am Browser. Es besteht eine Wortmöglichkeit, sie offline zu benutzen. Das heißt, es kann ihn zur Ruf lüten, ob sein Tablet am App Store oder am Google Play Store, oder ob der Computer, Microsoft Store oder als App für Mac. Sie läuft in einem Allbetriebssystem. Ich benutze nun Tab Geometrie. Bei der Geometrie. Bei der Geometrie delt sich den Eker an zwei Dehler. Ob der Lenker seid, die verschiedenen Werkzeuge für Zeichnungen zu machen, und ob der Rätsel seid, gehen Sie an dem Moment Zeichnungen aufgewiesen. Durch Klick, ob mehr bei den Werkzeugen gehen Sie mehr aufgewiesen, oder nach mehr, und auf weniger gesendere Manner. Die Werkzeuge sind immer in Kategorien angedehlt. Werkzeuge für zu editieren, für Konstruktionen zu machen, für zu mußen, für Linen zu zeichnen, Gräser zu zeichnen, und so weiter. Bei allen Werkzeugen gibt es eine Hälftext aufgewiesen, die weiß, wen das soll benutzen. Zum Beispiel, wenn ich viele Eck verzeichnen, klicken Sie auf Werkzeug viele Eck. Und da könnt ihr ja nicht tun, dass ich die einzelnen Eckpunkte soll angehen, und zum Schluss überhaupt den echten Punkt soll klicken. Ich probiere das einmal aus. Ich will zum Beispiel ein Dreieck zeichnen. Heißt, ich meine drei Punkte, nun sind ich fertig, dann klicken ich den echten Punkt an, und mein Dreieck ist fertig. Ich kann nun die einzelnen Punkte verregeln, indem ich mit der Rätsel-Maus-Taste umklicken, und dann den Punkt verregeln. Die Figur bleibt immer im Dreieck. Hier ist der Befehl rückgängig, bei dem kann ich meine Leichtaktionen rückgängig machen, oder einmal hier zurück durchsetzen. Hier bei dem Zentrat-Symbol kann ich ausstellen, ob ich Achse will aufweisen lassen, eine Koordinaten-Gitter will aufweisen, und auch nach einer Ausstellung. Ich kann auch diese schaffen, für die Punkte auf dem Vieleck oder von den Strecken zwischen den Punkten ändern, indem ich bei Objekte auswählen klicken, und dann zum Beispiel den Vieleck aufklicken, und da soll man dann rein auf Hef gefüllt gehen, zum Beispiel mit Kring, und dann damit festkriegen. Ich kann auch die Striche ändern, oder Beschriftungen aufweisen, oder nicht aufweiselosen. Ich kann auch das Objekt fixieren, dann ist es fest, er kann nicht mehr verwickelt gehen, zum Beispiel wenn ich heute Punkt rauswählen, und dann das Objekt fixieren, nun kann ich die Hauptpunkte noch verwickeln, aber der Punkt B lässt sich nicht verwickeln. Wie gesagt, mal rückgängig, kann ich alles rum rückgängig machen. Hier oben am Menü kann ich eine neue Datei aufwenden, da fängt schon mal das weiße Blatt an, ich kann ihn bestehend aufmachen, ich kann das durch speichern, als Bild exportieren, die andere Delen rausdrücken, an die übliche Funktionen.